Solarstrom in der Zukunft, also ich hoffe mal, dass eigentlich so gut wie alles dann mit Solarstrom betrieben wird, weil ich eigentlich einfach der Ansicht bin, dass es wichtig ist, auch gerade für die Umwelt, dass es da Alternativen gibt zu dem, was es jetzt gerade gibt, wie Strom und Gas, was ja eigentlich einfach immer weniger wird und auch teurer wird. Und von daher würde ich sagen, es ist schon wichtig, dass eigentlich alles über Solarstrom, oder so gut wie alles über Solarstrom bzw. regenerative Energien läuft. Als Solarstrom betrieben? Ich würde, glaube ich, anfangen einfach so mit diesen großen Energiefressern wie Kühlschränke und im Haushalt, glaube ich. Also ich würde sagen, einfach mal im Haushalt, dass man im Kleinen anfängt und dann, weil ich glaube, dass es einfach unrealistisch ist, dass es irgendwie eine komplette Automobilbranche solarbetrieben ist. Ich glaube, dass es das nicht gibt oder in Zukunft hoffentlich geben wird, aber gerade im Moment nicht realisierbar ist.